Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir sind hier in Grenzburg, wo ich überrascht bin, dass die alle Dädra-Waffen haben. Ich bin wirklich überrascht. Und da ist irgendwie so ein dunkler Kapuzen-Mann auch noch mit bei. Also dunkler Kapuzen-Kaschid. Also die sind hier immer noch alle tot. Gerüchte? Okay. Wir haben immer noch eiserne Sachen. Schade, dass die jetzt kein Dings-Dädra-Zeug jetzt haben. Würde ich jetzt so feiern, hätten die das. Aber jetzt müssen wir nach Lea Wien. Wo ist da deren Oblivion-Tor? Das ist jetzt meine Frage. So weiß Hengst-Unterkunft. Wir sind die Dings-Star. Eiserner Bogen. Habe ich hier nichts gelagert. Okay. Hätte ja sein können. Darf die Dame gerne für sich alleine haben. Ich habe genug eigene Häuser. Ach, die drei wieder. Ich glaube, die haben Feierabend, wenn die den Fluss da sich ansehen. So, Lea Wien. Wir sind da. Oh, Mike. Mike, warte. Da kämpft jemand gegen einen Bären irgendwo. Wo will er hin? Wo rennt er hin? Warum ist er so schnell? Ich renne da nichts hinterher. Na, aber Hans, wo ist jetzt von Lea Wien hier das Oblivion-Tor? Ich sehe hier nichts auf der Karte. Also, auf dem Kompass meine ich. Auf der anderen Seite vielleicht? Ich stelle mir jetzt wirklich die Frage, wo soll ich hier ein Oblivion-Tor sein? Ah, ich sehe es schon. Auf der anderen Seite. Wirklich auf der anderen Seite. So, aber jetzt müssen wir erstmal ins Schloss. Torangang zu Srodi. Das hier? Das hier, glaube ich. Ja, Ratssaal. Und hier ja, kommen nochmal neun Stunden. So, da kommen schon die beiden. Ne, ich muss, glaube ich, nur mit ihm reden, ne? Wie kommt ihr voran mit eurem Kampf gegen die Überreste der Schwarzbogenbanditen, Herr Ritter? Ähm, ich bin jetzt nicht deswegen... Oh, habt ihr Gerüche? Kein Wunder, dass Narina Karwein so miesepetrig ist. Müsstet ihr das ganze Jahr in einer kalten, zugigen, roßverschmutzten Burg wie Brumar leben, wärt ihr auch miesepetrig. Ja, äh... Nochmal, um auf das Thema Brumar zu kommen. Äh, die brauchen Hilfe. Lea Winn wird von Feinden belagert. Das Kaiserreich tut nichts, um uns zu helfen. Sogar vor dieser Krise hatte ich bereits zu wenige Männer, um meine Grenzen zu schützen. Und jetzt strömen Dädra aus einem Oblivion-Tor direkt vor unserer Haustür. Nein, ich kann keine Männer erübrigen. Brumar muss sich selbst um seine Verteidigung kümmern. Guten Tag, Herr Ritter. Okay. Brust euch. Aber ist auch klar, die wollen irgendwie alle, dass die Tore geschlossen werden. Ich glaube, ich muss hier durch. So, hier ist ein Tor und das da hinten. Könnten rein theoretisch auch beide direkt hintereinander fließen. Oh, die haben hier ein Pferd getötet. Ach so. Schiebelei ist auch noch dabei. Warte, hat sie ihn betreut? Ach nö. So, und rein da. Hier ist noch ein totes Pferd. Einmal kurz gucken. Ich muss bestimmt noch was reparieren. Ja. So, na. Ah, der wird uns nicht bemerken. Na? So, die Frage ist, wo muss ich eigentlich genau jetzt nochmal lang? Ich glaube, hier. Ich glaube, das war schon der Weg. Mist, kommt. Ähm. ganz schön tief runter hier ist noch mal weiter runter gibt es ja auch den weg wieder hoch das hat mir gerade ach hier so hier muss jetzt eigentlich irgendwer langsam kommen oder hier ist irgendwo noch ein gegner einfach eine rückgangschelle hat er mir gegeben ach hier der fehlt einmal alles reparieren die hand schuhe waren schon fast hinüber kurzschwert der stürme das ist ein dendrisches kurzschwert so schockschaden mit der wirkung wurde widerstanden ok wie schnell ging der denn jetzt warum hat er nur ein dietrich so da wollen wir rein ach hier der hat uns entdeckt aber da kommt hier nicht hoch oder so jetzt einmal nach ganz oben das tor aufmachen und dann ja die von der mythischen morgenrötter sind auch selber schuld ach da ist er ja nochmal kurz reparieren reparieren ist nice wenn dass wir jetzt alles bis 125 reparieren können hier ist irgendwo noch einer da ja kommt er noch von hinten unglaublich oh fliege ich erstmal weg ok hier ist noch einer nur wo bestimmt weiter oben irgendwo ach der lebt immer noch das nehmen wir mit da haben wir zwei türen und die spinnen lady ich glaube den brummen brauchen wir nicht warum haben die eigentlich immer zweihand waffen ouch alter wieso fliege ich immer so so nochmal alles reparieren die handschuhe gehen schnell kaputt da ist einer na mein hübscher na mein hübscher spinne so ja 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 So, die haben jetzt wieder diese Dremora-Kacke. So, reparieren. Und nach oben. Ah, ich bin immer noch schweigsam. Ja, super. So. Alter, was hat der denn jetzt alles gemacht? Hier geblieben. Was hat der denn da für Zaubern auf mich gewirkt? Ich kann mich in hier lang. Was ist? So, erst mal den dann? Alter. Alter. So. Ah, die haben nie das, was ich haben möchte. Was hat der? Ach so, der deutschen Kriegshammer. Streitachse des Brandes. So, aber dann haben wir das Tor jetzt auch mal geschlossen. Ich will aber immer noch einen anderen Helm. Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Lea Wien geschlossen. Ich sollte mit dem Graf über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Bruma sprechen, da Lea Wien jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Machen wir gleich. So. Das Tor müssen wir aber noch machen. Aber machen wir, nachdem wir mit dem Grafen gesprochen haben. Ich glaube, ich speichere einmal. Es ist mir ein Vergnügen. Ihr habt Hände wie ein Schmied. Ihr müsst... Wie greift ihr voran mit eurem Kampf gegen die Überreste der Schwarzbogenbanditen, Herr Ritter? Ähm, Hilfe für Bruma. Der Tor ist geschlossen. Nun ja. Nachdem das Oblivion-Tor nahe Lea Wien geschlossen ist, nehme ich an, dass die unmittelbare Bedrohung kleiner geworden ist. Ich werde euch eure Bitte erfüllen. Es soll niemand sagen können, dass Lea Wien nicht seinen Anteil daran erfüllt hat, das Kaiserreich zu stützen. Ich habe euch die Hilfe gegeben, um die ihr mich gebeten habt. Bruma's Schicksal liegt nur nicht mehr in meinen Händen. Okay. Guten Tag, Herr Ritter. So, dann haben wir hier nur noch ein Tor. So, ich gucke mal, ob ich noch was reparieren muss. Ja. Alles. Dann ist nun auch hier bei Lea Wien ein einziges Tor in der Nähe. Und dann ist nur noch der ganze Weg bis nach, äh, Chardinal. So, jetzt einmal kurz auf die Map gucken. Da hinten, ja. Kann ich das gleich erkennen, wenn ich... Ach, nö. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, äh, sorry, dass das Spiel abgeschmiert ist. Selber hallo. Ist halt doof, wenn das Spiel abschmiert. Ich speichere vielleicht nochmal. Aber gut, dass ich jetzt nicht allzu viel hier, äh... Da ist ja noch ein Tor. Sind doch hier ein bisschen mehr Tore. Den hatte ich nur noch nicht gesehen. Also, den machen wir erstmal. Autsch. Meine Stärke hat Schaden erlitten. Ich hoffe nur nicht dauerhaft. Und jetzt nervt nicht, Flanbon. Nochmal kurz reparieren. Okay, der war jetzt teuer. Und rein. 16 Detra-Prinzen gibt's nicht. Stand da jetzt? Okay. Ah, da ist so einer wieder. Warte mal. Ähm... Wir haben hier Seelensteine. Keine, keine. Füllen wir das mal wieder auf. Ach, reicht. Nur die Stumatronarchen, äh... Sind die Moon dagegen. Gegen die Waffe. Tschüssikowski. Autsch. Hat mich doch noch erwischt. Liegt er erstmal. Wir sind momentan schweigsam. Na super. So, einmal speichern. Wir sind immer noch schweigsam. Okay. Und 50 Gold. Nice. Aus dem Weg. Autsch. Was ist das hier? Die falsche Tür. Ach da. Da ist sie. Da wollen wir hin. Die hat nix, was ich haben will. Beine Schienen der Bewegung. Na, brauche ich nicht. So, Gold. Noch eine Reparatur haben wir. Nice. Bin ich hier richtig? Ja. Ich glaube schon. Man weiß nie, vielleicht haben die irgendwie irgendwann mal was, was ich brauche. Oder haben will. Ich glaube, mein Waffe ist nicht mehr geladen. Kann das sein? troops. Jo. Jo. So, komm her, kleine Spinne. Komm her, kleiner Dedra. Natürlich muss der eine mich jetzt betäuben. So, ich hoffe, der hat keine Mannschaft. So, hier greift mich einer an. Hier. So, ich hoffe, die haben was. Das ist was wert. Gibt's hier sonst noch irgendjemanden? Wir sind wieder zurück an der Tür. Okay, dann gehen wir hier hoch. Okay, das Schwert ist aber krass, wenn's vollgeladen ist. Ich brauche definitiv ein Schwert, das auch erstens so einen Schaden macht und zweitens auch noch Seelen einfängt. Weil, wenn es Seelen fangen kann, kommt dann noch eins, ne? Dann können wir immer für Nachschub sorgen. So, Hammer. Einmal alles wieder reparieren. Okay, das war jetzt wieder sehr teuer. Warte mal. Ähm... Okay, das Ding ist voll. Oh, wir haben mittlerweile so viel Gold, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Für unsere Budenmöbel ja kaufen, das war's. Und halt Schmiedeämmer. Oh, ich weiß nicht mehr. Genau, ich weiß nicht wie auch immer ganz klar. So, ab nach oben. Ich glaube, bei denen wechsle ich hier rauf. Alter, jetzt! Ich konnte... Ich konnte gar nichts machen. So, und jetzt? Könnte mir noch einer? Ne, ich dachte... Ich dachte, da wäre noch einer. Aber bitte lass da jetzt noch mehr David's-Ausrüstung sein. Oder ein Hammer. Hammer habe ich nichts gegen. Okay, ist krass, wie schnell wir die Dinger verbrauchen. Nicht im Bereich weiter. Oh, ähm... Einen Moment. Habe ich noch? So, lass mich durch. So, hier irgendjemand? Ähm... Hier ist niemand, zum Glück. Ich liebe diese Waffe gerade. Hat er... Hat er... Hat er... Heimzahlung des Blutes So, gleich kommt schon der nächste, oder? Hier musste ich das nehmen Was für Kröte? Wo ist der Kollege? Ja, da renne ich nicht hinterher Da bin ich mir doch ein bisschen zu schade für Wollen wir wieder selber seinen Weg hier hoch finden? So, wo ist dein Magier? Ist er denn schon da? Nee Ich möchte die Arme Schiene endlich haben Da ist er ja Kriegsachse des Feuers Wester der Abwehr Ein Lehrling der schweren Rüstung kann schon etwas besser darin schwimmen So, ähm Die Richtung, glaube ich Ja Da wäre dann Das nächste Tor Das wir auch noch nicht geschlossen haben Okay Ich finde es aber schon krass, äh Wie nah die doch hier sind Aber auch hier auf der Seite ist halt nix Und dass ihr doch Viel mehr Von denen gibt Als ich erst mal gedacht hatte Hey So Und rein mit uns Einmal speichern Warte mal Hat der nicht Eine Tür hier irgendwie unten? Oder wenn ich Komme ich hier so durch? Nein Dann heißt es außenrum Achso, doch So So Dann wieder den hier Vielleicht auch nochmal aufladen So Einmal alles reparieren So 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 So, einmal speichern. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Autsch. So, aber hier. Okay, wir haben viel Leben verloren gerade. So, aber die Tore brauchen wir zum Glück nicht mehr aufzumachen. Wenn wir jetzt hier sind. So. Einmal weg mit dem. Einmal die Gesundheit heilen. Und wieder den hier. Ich mag das Schwert. Der macht richtig viel Schaden. Autsch. 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 Was mega wäre, wenn ich... Der Drescher kriegst. Wow. Was mega wäre. Wenn man irgendwie auch eine Waffe kriegen könnte oder so. Die Endlosaufladung hat. Aber auch nur, wenn man einen gewissen Skill irgendwie sich da antrainiert. Wenn man sich dementsprechend skillt. Wenn man sich dementsprechend skillt. Was mega ist die E-W thirds. Die Endlosaufladung hat. Wenn man sich dementsprechend hat. Wenn man sich of in der E-Warsher auf intuitive perspective. Was Herr, das ist ja auch noch. Oh Gott. Wenn du das... Schnell noch looten wir vorher runter. komplett weg so aber dann haben wir das hier jetzt auch noch geschaffen okay die haben jetzt aber lange gebraucht um zu erkennen dass sie da was das vergeltung der heuchelei ok hat leider nichts was ich haben will bogen des blitzes nehme ich mal mit sturm ring nehme ich mal mit der magienzug du bist ein bisschen zu spät gegenstand nicht mehr geladen und es gewittert aber jetzt können wir einmal alles offiziell jetzt reparieren offiziell so was ist das hier führen also er nicht das hier okay dass wir richtige weg um wieder zur straße zu kommen aber wir haben schon mal einige tore jetzt geschlossen so nach lea wien hoffentlich ist das jetzt erst mal dann vorbei mit dem torn okay ich wollte schon sagen welches tor ist denn das jetzt hey hey wie viele gibt es denn bei chardinal wirklich nur dort eine und von chardinal Richtung kaiserstadt wenn wir und hier hier und die haben wir ja schon geschlossen gibt es da nichts mehr an den zumindest an den hauptstraßen gibt es da nichts mehr also ich hoffe jetzt dass wir hier vielleicht ein paar banditen antreffen die vielleicht doch ein dädrische schwert oder schild oder so was haben oder ausrüstung weil es sind jetzt leute hier unterwegs die dädrisch bei sich tragen wo auch immer die das her haben und das dädrische ist ja besser als das tremor daher ich würde gerne haben wollen da war gerade ein rückler ich speichere mal lieber vorsichtshalber ebenholzbogen ebenholzpfeile können wir verkaufen so gibt es hier noch mehr banditen ich habe gehört ich habe da wen gehört da so können wir verkaufen hier gibt es doch noch ein tor oder ist er neu ich meine wir sind diesen weg hier öfter gegangen und den nie gesehen zu haben aber dann würde ich sagen in dem fall machen wir hier in der nächsten folge weiter vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deus und ciao ich bin's euer max Amen. Amen. Amen.